Ich brauche noch Geruch, es riecht auch nicht gut oder auch schon mal gut. Auf jeden Fall, der Prospekt in sich ist ja ein ganz wichtiger Moment, der hier eingepasst ist mit den Fenstern. Und das Komplexe und Geniale und Wahnsinnige war, letztendlich einen freistehenden Spieltisch zu komponieren, zu bauen, in dem man uns die Ordnung in der Musik verbekannt hat, und zwar eben, man stellt sich vor, die ganzen Balkenwege. Also in der Mitte ein freistehender Spieltisch und jetzt muss das auf mechanischem Wege alles funktionieren. Ich brauche noch ein bisschen, was hier was wäre es, außer wie ein Null, die auch gleich ist. Ich brauche noch ein bisschen, was hier ist. Ich brauche noch ein bisschen, was hier ist. Ich brauche noch ein bisschen, was hier ist. Amen. Tomorrow. Okay. Gut. Vielen Dank. Das wissen Sie ja vielleicht. Erstens. Es ist nicht sicher, ob dieses Stück, wissen Sie ja, für Orgel ist. Wir wissen nicht mal sicher, ob es für Frau Bach ist. Es gibt keinen Autograph. Es könnte für Geige sein. Sagt man. Aber es ist immer noch am besten natürlich auf der Orgel. Ja. Also. Wenn sie anfängt, ist natürlich hier in diesem Raum das Wichtigste in diesem Raum zu hören. Wir heften hier. Ja. 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 Da noch, da noch. Bei dieser Faktor, das sind schon so viele Pfeile. Wahrscheinlich wollen sie schneller und langsamer werden. Deshalb müssen sie vorsichtig sein, dass es nicht ... Der Stamm ist so schnell. Also diese Fasseröffnung. Bei ihnen ist es schon so, dass es praktisch ... ... die Hände sind ... ... momentan ist das sehr seriös. Das ist frei, angenommen, dass es nicht so ... ... dass man vielleicht ... ... da, 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 da ... Amen. 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 Amen.